Das Wochenende ist zum Greifen nah und so möchten wir Sie auch heute mit Musik darauf einstimmen. Der tschechische Künstler, der sich auf das französische Horn spezialisiert hat, fühlte sich schon früh zur Musik hingezogen und das Konservatorium in Prag hat er mit Auszeichnung verlassen. Freuen Sie sich auf Rudi Masac und den Hummelflug. Spannende Musik Spannende Musik Spannende Musik Spannende Musik Spannende Musik Spannende Musik Spannende Musik